Mein Name ist Stefan Bernhard. Ich bin etwas über 37 Jahren auf diesem Planeten, vertreten durch die Agentur Actors & Company. Unwichtige Sachen entnehmen sie meiner Vita. Alles Wichtige müssten wir uns persönlich kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vierte Fallgäste, dieser Zug fährt nur bis Prinzbrücke. Situation Prinzbrücke, bitte ein Ausstieg. Eines kann ich euch gleich sagen, das ist eine Hungerleiterpartie. Die spielen praktisch nur Benefizjobs. Der Weber lässt mir was singen, wenn ihm das gefällt, hat er gesagt. Also, Solo, eine eigene Nummer. Das schon, eine eigene Hölzlnummer. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt.